Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Es ist Wochenende und ich habe wieder Besuch, und zwar aus der Residenzstadt Celle. Da sage ich doch nur, Cellerbier, das gönne ich mir. Wer ist denn alles da? Zum einen das Pilsner, das Urtrüb, das Dunkel, der Bock und das Gold. Damit die fünf Abgesandten aus der Residenzstadt Celle sind heute bei mir, beziehungsweise das ganze Wochenende. Und wir werden mal wieder mein Dorf unsicher machen, wie ich das auch schon mit meinen anderen Besuchern gemacht habe. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wie gesagt, Cellerbier, das gönne ich mir. Ich gönne euch ein schönes Wochenende, wie ich mir das auch selber gönne. Macht es gut, liebe Leute. Bis denne.